Aspomay, tödliches Survival Game, Sherlock Holmes, die galaktischen Fälle, Folge 21. Nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle. Erzählt von Rupert Pichler. Alle vier Jahre fand auf LP 890 9c, einem lebensfreundlichen Exoplaneten 100 Lichtjahre von der Erde entfernt, ein Survival Game für Angehörige der Galaktischen Union statt. Für ein Nenngeld von nur 3000 Bitcoin konnte sich jeder Mann und jede Frau zur Teilnahme anmelden, welche sich fit und motiviert genug für einen harten Überlebenskampf auf dem felsigen Exoplaneten fühlte. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkte ein Preis in Form eines fünfwöchigen Urlaubes auf einem Planeten seiner bzw. ihrer Wahl mit allem Komfort. Das beinhaltete sowohl Anreise, Aufenthalt sowie Extras, als da wären Wellnessbehandlungen, kosmetische Operationen und Liebesdienste spezieller Cyborgs, die wesentlich ausdauernder als Menschen sein konnten. Sherlock Holmes, welcher selbst ein begnadeter Boxer war, hatte sich bereit erklärt, dem ersten Offizier Thornott Unterricht am Punching Ball, auch Boxbirne genannt, zu erteilen. Dieser birnenförmige Ball war auf einem speziellen Ständer angebracht, sodass er bei jedem Treffer wieder zurückwippen konnte. Bedenken Sie, dass ein Punching Ball nicht so passiv in der Luft hängen bleibt wie ein Boxsack und duldsam ihre Schläge einsteckt, sondern quasi immer zurückschlägt. Grundsätzlich sollten Sie versuchen, die Boxbirne immer genau frontal zu treffen, da sie ansonsten an den Seiten wegfedert. Dieser große Bewegungsumfang ist es auch, was den besonderen Reiz und die Herausforderung dieses Trainingsgerätes ausmacht. Ein erfahrener Boxer ist in der Lage, den Ball so zu treffen, dass er sich von einer Serie von Schlägen im Grunde kaum von der Stelle bewegt, da er exakt im Moment des Zurückfederns gleich den nächsten Treffer abbekommt. Bei einer Serie von Boxschlägen ist es deshalb notwendig, immer schneller zu schlagen, um den Ball im richtigen Moment zu treffen. Aus diesem Grund ist so eine federnde Boxbirne auch ideal, um neben der Schlagkraft und Ausdauer auch die Koordination sowie das Reaktionstempo zu trainieren. Toll, wenn Sie mal keine Aufträge als Detektiv mehr bekommen, dann können Sie sich immer noch als Boxtrainer verdingen. Tornot wischte sich den Schweiß von der Stirn. Hat sich außer Ihnen noch jemand anderes von der Mannschaft zu diesen Spielen angemeldet? Leider ja, unsere Militante Rolka, Sie kennen sie ja, diese rothaarige Kampf-Amazone. Natürlich, das ist eine heißblütige, sehr temperamentvolle Lady, welche die Kampfroboter anführt, wenn es nötig ist. Ja, aber zu dem Survival-Game dürfen keine Roboter. Das wäre sehr unfair. Nun, da haben Sie ja noch eine Chance, obwohl diese Frau wie ein Rollkommando sein kann. Wie schätzen Sie Rolkas Chance als meine Konkurrentin ein? Eine männliche Kraft in einem weiblichen Körper mit all seinem Willen, gepaart mit Übereifer und großem Durchhaltevermögen. Dieser Mix wird Sie noch aus dem Rennen werfen, Mr. Tornot. Also, wirklich, Mr. Holmes, nach Ihrem Training sollte mich doch nichts und niemand aufhalten können. Sie haben mich gefragt und ich teilte Ihnen meine Meinung mit. Für den Sieg ist allerdings noch der Schiedsrichter wichtig. Den gibt es doch in diesem Wettkampf. Oh ja, es gibt sogar drei davon. Beim kleinsten Verdacht von unerlaubten technischen Hilfsmitteln oder chemischem Doping beraten sich die drei Weisen und können Strafen verhängen, wie zum Beispiel eine Runde Aussetzen oder eine Penale, je nachdem. Tornot hüpfte aufgeregt herum. Also Ihre Beinarbeit ist wirklich großartig, lobt den Holmes. Gibt es auch Publikum? Sicher, allerdings nur via Drohnenaufnahmen, die live auf allen bewohnten Planeten gestreamt werden können. Übrigens darf jeder Kandidat einen Trainer mitbringen. Diese werden in einem Bus bequem dem Baku entlang chauffiert. Ich darf noch mit Ihrem Beistand rechnen, Mr. Holmes. Selbstverständlich. Ich gebe zu, schon sehr von Neugier auf dieses Survival-Game gepeinigt zu werden. Und ich bin von Ehrgeiz gepeinigt. Ich will nicht nur Rolka hinter mir lassen, sondern auch die anderen 16 Teilnehmer. Dr. Watson begleitete Rolka in den Fitnessraum. Mit ihren roten Zöpfen und dem rotwangigen Gesicht sah sie sehr kämpferisch aus. Auch ihre Aufmachung, eine Fantasie-Uniform mit silberner Brustplatte, ließ sie bedrohlich wirken. »Hallo, Tornot«, rief sie ihm zu. »Dr. Watson hat mich soeben durchgecheckt und mir meine Top-Kondition bestätigt, nicht wahr, Doktor?« Dieser nickte. »Ja, das kann ich wohl bestätigen. Lady Rolka verfügt über das Herz eines Hochleistungssportlers und den besten Pulsschlag, den ich je gemessen habe.« »Na toll«, zischte Tornot. »Das macht mich happy.« »Hehehehehe«, lachte Rolka schon ziemlich siegessicher. »Sie ist doch positiv, Tornot. Einer von uns beiden gewinnt auf jeden Fall, was unseren Käpt'n erst happy macht.« »Ohne defetistisch zu wirken, möchte ich darauf hinweisen, dass es noch 15 andere Bewerber gibt, die nach dem Siege trachten«, brachte sich Holmes in das Zwiegespräch ein. »Pah, die existieren doch gar nicht für mich«, prallte Rolka. »Für mich schon, allerdings nur als halbwertiges Sparringspartner«, äußerte sich Tornot nicht weniger siegessicher. »Wir sollten lieber die Kirche im Dorf lassen«, meinte der Doktor. »Ich bin mir sicher, dass alle, die an diesem Survival-Game teilnehmen, eine harte Trainingszeit hinter sich gebracht haben.« »Ja, aber das wird ihnen nichts nützen«, hetzte Rolka und stolzierte aus dem Fitnessraum. »Die Frau muss immer das letzte Wort haben«, ärgerte sich Tornot. »Aber der werde ich schon zeigen, und den anderen erst recht.« »Das ist die richtige Einstellung«, lobte ihn Holmes. »Kennen Sie Ihre Gegner und Gegnerinnen?«, zeigte sich Dr. Watson interessiert, mehr von denen zu erfahren. »Kaum. Es sind einfach junge Leute, die sich unbedingt auf irgendeine Art und Weise profilieren wollen. Vielleicht, weil es ihnen im Beruf nicht gelingt, dann muss eben der Sport dafür herhalten.« »Besteht eigentlich auch die Möglichkeit, sich den Sieg bei diesem Survival-Game auf unrechtmäßige Weise zu sichern?«, forschte Holmes. »Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht«, gab Tornot zu. »Für mich ist es Ehrensache, mein Können nur im Rahmen von Fair Play auszuspielen. Von den anderen kann ich das natürlich nicht sagen.« »Wie verliefen denn die bisherigen Survival-Games?«, hakte der Doktor nach. »Bisher gab's noch keinen Skandal. Nur einmal, als ein Teilnehmer mit einer Teilnehmerin im erotischen Clinch erwischt wurde, da wurden beide disqualifiziert.«, erinnerte sich Tornot. und musste dabei schmunzeln. »Naja, es waren halt tiefe menschliche Gefühle im Spiel.« »Jaja, die Liebe hat Ihnen einen Strich durch die sportliche Rechnung gemacht«, überlegte Dr. Watson. »Das erinnert mich daran, dass ich auch einmal verliebt und verheiratet war.« »Ja, nur hat eine Heirat nicht unbedingt etwas mit Liebe zu tun, mein Freund«, teilte ihm Holmes seine Ansicht darüber mit. »Bei mir schon«, beharrte Dr. Watson. »Das tut aber nichts zur Sache. Jedenfalls freue ich mich schon darauf, so etwas Ähnliches wie die Olympischen Spiele zu sehen und sogar hautnah dabei sein zu dürfen. Sie kommen doch auch mit, Holmes.« »Soweit mir bekannt ist, darf ein Trainer seinen Schützling dorthin begleiten.« Holmes klopfte dem ersten Offizier wohlwollend auf die Schulter. »Ich bin sicher, Sie werden es schaffen, Mr. Tornot.« »Danke für Ihre Zuversicht. Und zur Not darf man ja auch die Hilfe eines Zivilisten in Anspruch nehmen, auch eines Außenstehenden aus dem 19. Jahrhundert«, freute sich der erste Offizier sichtlich. Kapitän Decker schritt in seiner Golduniform herein und lächelte milde. »Machen Sie uns keine Schande, Tornot.« »Der Sieg ist so gut wie unser, Sir«, zackig, salutierte er dabei. Obwohl es mich schon traurig machen würde, auf Ihre Dienste als mein erster Offizier fünf Wochen lang zu verzichten, äußerte sich Decker und wippte auf den Zehenspitzen. »Ach, wenn ich nicht das Kommando innehätte, würde ich selber gern teilnehmen. Mich juckte es, mein Können unter Beweis zu stellen.« »Aber, Mr. Decker, Sie haben doch schon unzählige Male Ihr Können als Kommandant der Ultimo Eins unter Beweis gestellt,« beruhigte ihn Holmes. »Es wäre geradezu unfair, sich nun mit Ihren eigenen Untergebenen im sportlichen Bereich zu messen.« »Tja, da haben Sie wohl recht, Mr. Holmes, denn meinen Kräften wären Sie beide nicht gewachsen,« war er sich sicher. Diplomatisch, wie Holmes manchmal sein konnte, belies er es dabei und schwieg. Der Planet LP 890-9c zeigte meistens einen gelben Himmel. So, als hielte er jede Menge Hagel für seine Besucher bereit. Auf seiner Oberfläche fanden sich Spuren von einer lang ausgestorbenen Zivilisation, nämlich einige Steintreppen und Türme aus Lehmziegeln, welche gleichzeitig als Stationen des Überlebensspieles dienten. Man konnte die Atmosphäre zwar atmen, doch bekam man nach einiger Zeit von dem Luftgemisch Depressionen, weshalb dringend ein Raumanzug mit Helm und integriertem Sprechfunkgerät angeraten wurde. Dieser bildete auch das einzige Zugeständnis für den harten Parcours, denn er bot Schutz und gleichzeitig einige nützliche Tools, die beim Bewältigen der langen Strecke sehr hilfreich sein konnten und Frauen den Männern kräftemäßig ebenbürtig machten. Die Kandidaten reiten sich einer an den nächsten und harten gespannt der Rede des Sportministers in Personalunion mit dem Präsidenten der Survival Games, welcher in einem Extrabus angereist kam, der unweit des Begleitbusses der Trainer landete. Behäbig stieg er aus, baute sich vor den hoffnungsfrohen Kandidaten und Kandidatinnen auf, nahm seinen Helm ab und hob zu seiner Rede an. Willkommen, meine lieben Freunde, liebe Freundinnen und Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ihr könnt eure Helme für meine Ansprache abnehmen, denn die Depression beim Einatmen der Atmosphäre stellt sich erst ab einer Aufenthaltszeit von fünf Stunden ein. Gehorsam nahmen alle siebzehn Teilnehmer sowie auch ihre Trainer ihre Helme ab, wobei Tornot kaum hörbar flüsterte, Also, ich krieg schon Depressionen, wenn ich einen Politiker reden höre. Sherlock Holmes, der knapp hinter ihm stand, hob dabei missbilligend eine Augenbraue, da er es nicht mochte, wenn man sich abfällig über Volksvertreter äußerte. Der Sportminister redete weiter wie bei einer üblichen Wahlveranstaltung. Wir als stolze Mitglieder der Galaktischen Union haben uns alle hier versammelt, um herauszufinden, wo unsere körperlichen Grenzen sind und ob wir sie noch weiter verschieben können. Schneller, höher, weiter. So muss es gehen. Nur die härtesten sind für unsere geliebte Union gut genug. Immer nah an unserer Leistungsgrenze und darüber hinaus müssen wir gehen, um gewinnen zu können. Um zu erobern und neue Planeten für uns in Anspruch zu nehmen. Die Milchstraße ist für uns nicht genug. Bald nehmen wir den Adromedanebel in Angriff. Für uns gibt es kein Limit. Nur der Sieg zählt und die Lorbeeren schmecken uns unter all den Gewürzen noch am besten. So erkläre ich hiermit die Survival Games für eröffnet. Ran an den Feind, liebe Freunde. Und viel Glück dabei. Möge der oder die Bessere gewinnen. Schnell setzte er seinen Helm wieder auf und bestieg den Bus, der sogleich abflog. Typisch, brummte Tornot. Der redet immer von wir und die ganze Leistung überliest er doch den anderen. Verschwenden Sie keine Energie in Systemkritik, ermahnte ihn Holmes streng. Sparen Sie sich Ihre Kräfte für die einzelnen Wettbewerbe. Ich bin mir sicher, Sie werden sie noch brauchen. Alle setzten ihre Helme wieder auf und die drei ebenfalls in schmucken, funktionalen Raumanzügen steckenden Schiedsrichter, die beinahe wie Soldaten anmuteten, traten gewichtig auf. Der Mittlere von ihnen erklärte im Befehlston ohne lange Vorrede oder Begrüßung den ersten Bewerb. Aufgepasst! Zuerst eine babyeinfache Übung. Nur ein Hindernislauf über die maximale Strecke von nur 15 Kilometern quer fällt ein in voller Montur. Zum Aufwärmen. Die Route geht ostwärts und ist von kleinen roten Fähnchen gesäumt. Der Erste gewinnt logischerweise diesen Bewerb und erhält 100 Punkte. Achtung! Die Kandidatinnen und Kandidaten, die äußerlich als solche in ihren Raumanzügen nicht voneinander unterscheidbar waren, jedoch Nummern auf dem Rücken trugen, stellten sich schon brav nebeneinander an der Startlinie auf und einen Fuß nach vorne. Fertig! Los! Alle rannten los, wobei es schon zu den ersten unfairen Handlungen kam. Nummer 13 stieß Nummer 18 in die Seite. Diese Strauchelte konnte sich jedoch noch fangen und stieß ihrerseits zurück. Tornut mit der Nummer 9 lag im Spitzenfeld. Rolka mit der Nummer 10 holte aus der Nachhut rasch zu ihm auf, behinderte ihn aber in keinster Weise. Hoffentlich schalten Sie sich nicht gegenseitig aus, befürchtete Dr. Watson. Ich meine unseren Mr. Tornut und Lady Rolka. Machen Sie sich keine Sorgen, lieber Freund, beschwichtigte ihn Holmes. Beide halte ich für fair und sportlich genug, sich nicht schon anfangs unerlaubter Mittel bedienen zu müssen. Die Schiedsrichter bestiegen ihren Flugbus und auch Holmes sowie Dr. Watson stiegen in den Begleitbus, der die Trainer der Athleten und Athletinnen bequem über den Hindernisparcours flog. Die Strecke hatte mehrere Schikanen, wie zum Beispiel eine steile Böschung, die man erklimmen musste, einen kleinen Graben, den man überspringen konnte und einen breiten, harmlos dahin plätschernden Bach, den man durchwarten konnte. Zum Schwimmen war er nicht tief genug. Beim Sprung über den Graben geriet Nummer 11 der Satz hinüber nicht weit genug, wodurch er hineinplumpste. Rolka mit der Nummer 10 konnte dadurch leicht überholen und hatte schon einen starken Mann weit hinter sich gelassen. Tornut wurde leider von Nummer 14 ein Bein gestellt, wodurch er hinfiel und stark in Rückstand geriet. So ein Pech, ärgerte sich Holmes, der das Malheur vom Flugbus aus beobachtet hatte. Ich schätze, diesen Bewerb muss er als Misserfolg abhaken. Die Strecke wurde für die Kandidaten gefühlt immer länger. Nichtsdestotrotz gaben alle ihr Bestes und rannten so schnell es ihnen möglich war. Die Raumanzüge waren aus sehr leichtem, doch widerstandsfähigem Material und stellten sich keineswegs als Hindernis für das Tempo dar. Lediglich den Schweiß konnten sie schlecht ableiten. In Strömen ran er den Teilnehmern und Teilnehmerinnen von der Stirn unter den Helmen und am Rücken entlang unter den Trikots, die sie unter den Anzügen trugen, welche die Körperflüssigkeit aber langsam aufsaugten. Bei einigen der Kandidaten war schon das Helmvisier angelaufen und beeinträchtigte etwas die Sicht, doch nicht im geringsten den Kampfesmut und den Drang, das Ziel möglichst als erster Ankömmling zu erreichen. Im Bus herrschte angespannte Stimmung. Keiner der Trainer sprach mit dem anderen und auch Holmes und Watson schwiegen, starrten gespannt durch die Bullaugen und beobachteten ihre Schützlinge, die sich unermüdlich auf der unwegsamen Strecke abkämpften. Das Zentralgestirn bestrahlte alle unter sich unbarmherzig, egal ob diese im Freien dahin rannten oder im Bus saßen und durch eine Klimaanlage nur mäßig gemildert sommerliche Temperaturen aushalten mussten. Unter weniger hektischen Umständen hätten die Besucher von LP 890 9C ihr Dasein auf seiner Oberfläche sogar richtig genossen. Nach einer Stunde landete der Bus am Ziel und die Insassen stiegen aus, warteten ungeduldig noch einige Minuten auf den ersten Gewinner oder die Gewinnerin. An der Ziellinie, die von Nummer 8 einem gewissen Mumpay mit großem Abstand zur nachfolgenden Nummer 6 freudestrahlend durchlaufen wurde, harten schon die Schiedsrichter aus, welche ihm die versprochenen 100 Punkte gutschrieben und anerkennend auf die Schulter klopften. Darf ich fragen, was Sie hauptberuflich machen? erkundigte sich Sherlock Holmes bei den drei Referees. Ich bin Alvin Ashcroft, Minenarbeiter, erwiderte der erste Schiedsrichter stolz. Ich heiße Melvin Wyler und arbeite im Vorstandsvorsitz des Sportverbandes der Galaktischen Union, bekundete der Mittere. Und ich bin Fred Lucrumer, Chef der Fernsehgesellschaft Overview, welche alle Fernsehübertragungsrechte inne hat, entgegnete der Dritte mit einem gewinnenden Lächeln hinter dem durchsichtigen Visier. Sehr interessant, murmelte Holmes. Es ist immer gut zu wissen, welchen Beruf jemand ausübt. Eine der Kandidatinnen war kollabiert. Es handelte sich um die Nummer 3, eine zarte Frau namens Louise Leftletter, die sich den Helm vom Kopf riss. Ich bekomme kaum noch Luft, japste sie verzweifelt. Sofort stürmte Dr. Watson zu ihr. Ganz ruhig, meine Liebe, ich bin Militärarzt und schon mit ganz anderen körperlichen Schwächen fertig geworden. Kommen Sie, ich stütze Sie, bis wir den sicheren Bus erreicht haben. Das führt automatisch zur Disqualifikation. Verkündete Luke Roma, wer sich dem Parcours entzieht und in den Bus einsteigt, der hat aufgegeben. Hören Sie nicht auf ihn, Lady, beruhigte sie der Doktor und schob sie in den Bus hinein. Wichtig ist, dass Sie am Leben bleiben und wieder zu Kräften kommen. Haben Sie keinen Trainer mitgebracht? Nein, doch, der Medizinroboter im Bus wird mich hoffentlich wieder herstellen können, hauchte sie erschöpft. Der Roboter, ein 1,70 Meter großer Blechkamerad mit eingebautem Erste-Hilfe-Kasten, legte ihr einen Tubus an und versorgte sie mit reinem Sauerstoff, was sie alsbald wieder auf die Beine brachte und der weiteren Teilnahme nicht nachtrauen ließ. Nun stand der nächste Wettbewerb an. Dazu wurden die restlichen 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an einen Abgrund geführt, über den ein Seil gespannt war. Es ging unter dem Seil ca. 30 Meter tief in eine Schlucht hinunter, in welche ein reißender Strom dahin floss. Melville Weiler erklärte, nun haben sie die Aufgabe, sich mit ihren Händen am Seil über den kleinen Abgrund entlangzuhangeln. Auch eine lösbare Aufgabe. Vor allem können sie dabei wieder zu Atem kommen, wenn sie so bequem abhängen können. Der Kerl hat Sinn für Sarkasmus, flüsterte Thorn und seinem Trainer Holmes zu, der knapp hinter ihm stand. Innerhalb kurzer Distanzen konnte der Sprechfunk privat genutzt werden, sodass die anderen nicht mithorchen konnten. Hier kommt ihnen die bei unserem Boxtraining gelernte Koordination zugute, freute sich Holmes. Immer eine Hand nach der anderen am Seil entlang führen und nicht nach unten sehen. Los ging's. Einer nach dem anderen hangelte sich am Seil entlang, als auf einmal, wie aus dem Nichts, ein großer Vogel auftauchte. Er ähnelte einem Condor mit seiner gewaltigen Flügelspannweite. Und dann passierte das Unglaubliche. Der Greifvogel ergriff einfach Kandidat Nummer 4, krallte sich an ihm fest und zerrte ihn mit sich. Alle Augen waren auf den Vorfall gerichtet und in allen Ohren hallte wie Sprechfunk der Schreckenschrei von dem armen, ergriffenen Kandidaten. Einem Mann namens Erwin Dawson. Schließlich ließ ihn der Vogel los und Dawson stürzte hilflos in den reißenden Fluss, wurde abgetrieben und versank schließlich. Um Gottes Willen, kommentierte Dr. Watson, wenn er das nur überleben kann. Einer der Schiedsrichter aktivierte einen Rettungsroboter, welcher sich sogleich in die Fluten stürzte, um nach dem untergegangenen Dawson zu suchen. Tatsächlich erwischte er ihn und brachte ihn leblos zu den wartenden Schiedsrichtern. Dr. Watson nahm ihm den Helm ab, aus dem ein Schwall Wasser drang und prallte zurück. »Tod!« »Offenbar ertrunken, denn in den Helm ist Wasser eingedrungen.« »Das sollte eigentlich nicht sein,« stellte Elwin Ashcroft Lapitar fest. »Damit ist er leider ausgeschieden,« sagte Fred Locke Romer unnötigerweise, mit Blick auf seine Kameradrohnen, die alles tüchtig mitgefilmt hatten. Gelbe Wolken türmten sich am Horizont wie Schwefelberge auf und verdunkelten das Sonnenlicht etwas. Fast so, als wäre es ein böses Omen für die weiteren Bewerbe. Und Schiedsrichter Wyler machte die Mitteilung. »Wir legen vor dem Abendessen eine Trauerminute für den abgestürzten Kandidaten ein und schicken seinen Hinterbliebenen den neuen Kalender der Galaktischen Union für das kommende Jahr in Limited Edition mit dem Portraits der ersten zwölf Männer am Mond drauf zu. Natürlich völlig kostenfrei.« Dr. Watson glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu dürfen. »Haben Sie das auch gehört, mein lieber Holmes? Die Hinterbliebenen bekommen nur einen Kalender als Trost?« Der Meisterdetektiv legte den Zeigefinger an sein Visier. »Wir haben als Angehöriger einer lange vorausgegangenen Generation nicht das Recht, die Handlungsweise unserer Nachfahren zu kritisieren, wenn ich auch Ihrer Meinung bin, dass die Zusendung eines Kalenders nur ein geringwertiger Ersatz für die Erhebung in den Adelstand ist, wie es bei uns in ähnlichen Fällen üblich war.« Mit einem Blick auf den Toten bemerkte Dr. Watson, »der Vogel hat eine Kralle in dem Anzug eingebüßt. Durch das kleine Loch ist das Wasser in Sekundenschnelle eingedrungen. Und oh!« Bei genauer Betrachtung dieser Kralle fügte er noch hinzu, »Das Tier ist gar kein natürliches Tier gewesen.« »Wieso denken Sie, dass der Vogel kein natürliches Tier war, mein lieber Watson?« Holmes beugte sich zu ihm hinunter. »Ganz einfach, mein lieber Freund, weil er Stahlkrallen an den Füßen hat. Hier sehen Sie sich selbst an. Ich glaube kaum, dass ein natürlicher Vogel sich so etwas wachsen lassen kann, auch nicht nicht auf einem fremden Planeten.« Mit einem prüfenden Blick bestätigte sich die Vermutung des Doktors. Die Kralle bestand eindeutig aus Edelstahl, was sofort den Verdacht des Meisterdetektivs auf eine bestimmte Person lenkte, die noch dazu neugierig zu den beiden Gentlemen und dem Toten dazugekommen war. »Hm, was sagen Sie dazu, Lady Rolker? Könnte es etwa möglich sein, denn Sie haben diesen Vogel mit den effizienten Stahlkrallen konstruiert? Einen Stahlvogel?« Holmes hob fragend seine Brauen. »Ich?« Empörung ergriff von ihrer Miene Besitz. »Einen Stahlvogel? Sie meinen eine Drohne, die als Vogel verkleidet ist?« »Genau so habe ich es mir gedacht. Eine fliegende Kampfdrohne mit Federn. Sie sind doch darin Spezialistin.« »Da haben Sie falsch gedacht. Ich konstruiere zwar Kampfroboter, doch die sind alle bodengebunden und sehen bestimmt nicht wie Vögel aus. Die Arbeit, welche mit der Verkleidung natürlich aussehender Federn verbunden wäre, ist mir viel zu aufwendig. Und überhaupt, ich verbiete mir derlei unberechtigte Verdächtigungen.« Sherlock Holmes machte eine beschwichtigende Geste. »Aber ich bitte Sie, Lady Rolka, regen Sie sich doch nicht unnötig auf. Sie müssen zugeben, bei Ihren Fähigkeiten liegt so eine Vermutung doch ziemlich nahe, oder nicht?« »Nein!« Gegner und Gegner und Gegnerinnen auf diese Art und Weise auszuschalten, finde ich unfair sowie sehr unsportlich. »Dann sind wir uns ja diesbezüglich einig,« stellte er zufrieden fest. »Ich wollte nur sehen, wie Sie reagieren und finde, Sie haben den kleinen Test mit Bravour bestanden. Ihre Aufregung wirkte echt und in keinster Weise gekünstelt. Tja, ich bin Kämpferin und keine Schauspielerin, aber Frauen, die ernst sind zu ewigen Qualen, verdammt. Wie darf ich das verstehen? Sie denken doch auch, dass ich eine mordlustige Walküre bin, die nichts anderes tun möchte, als in Kampf die Gegner alle hinzumeucheln, oder? Nun ja, wurde er verlegen. Derlei Gedanken sind mir tatsächlich schon mehrmals gekommen, immer, wenn ich sie getroffen habe. Na, Sie geben es ja wenigstens zu, Mr. Holmes. Doch tief drinnen in mir, da steckt immer noch ein kleines, verschrecktes Mädchen. Mit gesenktem, behelmten Kopf entfernte sie sich wieder. Dieses Bekenntnis die Sherlock Holmes etwas ratlos zurück. Die drei Schiedsrichter blickten sich kurz an, ehe sie sich dazu entschieden, den Überlebenskampf weitergehen zu lassen. Aber, meine Herren, Gentlemen, beschwor sie der Doktor, hier ist offensichtlich ein gemeiner Attentäter am Werk, der es auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgesehen hat, mit künstlichen Tieren und wer weiß noch allem unerlaubten technischen Hilfsmitteln. Das ist zwar sehr bedauerlich, stimmte ihm Weiler halbherzig zu, doch müssen sie auch unseren Standpunkt verstehen, Dr. Watson, es ist nun einmal nur alle vier Jahre ein Großereignis, das wegen eines Todesfalles nicht abgebrochen werden darf. Sehr richtig, bekräftigte Luke Rumor, denken sie nur an all die Milliarden enttäuschter Zuschauer. Jeder Sport fordert seine Opfer, stimmte auch Alvin Ashcroft mit ein, denken sie nur an die Arbeit in einer Mine, da gibt's auch immer wieder Todesfälle, deshalb können wir mit dem Mining doch nicht einfach aufhören. Die Schiedsrichter gingen, dafür kam Tornert dazu und sagte trocken, der bekloppte Sportminister faselnde etwas von Gewürzen, sieht fast so aus, als wolle uns jemand den ganzen sportlichen Bewerb hier ordentlich versalzen. »Hm, genau genommen ist Salz allerdings kein Gewürz, sondern ein Konservierungsmittel«, dozierte Holmes. »Denken Sie nur an das gepökelte Schweinefleisch, das sich die Matrosen der königlichen Marine als Proviant für die Fahrt über die sieben Weltmeere mitnahmen.« Der Rettungsroboter transportierte den Toten ab und Sherlock Holmes witterte wieder einmal eine Chance, sich hier als Detektiv profilieren zu dürfen. »Wer immer diesen Stahlvogel abgesandt hat, der wird von mir noch überführt werden«, versprach er sich selbst und überlegte, wer von den Anwesenden dafür ein größeres Motiv hätte, als da wären die Konkurrenten oder die Trainer. Von Louis Leftletter wusste er schon, dass sie keinen Trainer mit dabei hatte. Was, wenn ihre Atemnot nicht auf körperliche Schwäche, sondern auf Sabotage zurückzuführen war. Sofort eilte er in den Bus, wo er zu der traurig in einer Ecke sitzenden Louis vordrang. »Geht es Ihnen schon etwas besser, Miss Leftletter?« verhaltenes Nicken. »Schade, dass ich aufgeben musste und ich habe so hart trainiert. Darf ich mir Ihren Helm näher ansehen? Ich befürchte nämlich, dass irgendwer daran herum hantiert hat. Ach, Sie meinen, jemand hatte es darauf angelegt, mich aus dem Rennen zu werfen? Leider ja, denn auch der unglückliche Mr. Dawson, der von einem Vogel angegriffen wurde, scheint einem Attentat zum Opfer gefallen zu sein. Penibel untersuchte Holmes den Helm von Louis Leftletter und deutete auf ein Ventil, das ihm seltsam verdreht vorkam. Hat es mit diesem Ventil hier seine Richtigkeit, Miss Leftletter? Nach einer kurzen Inspektion erkannte sie, nein, es wurde eindeutig manipuliert, so eine Gemeinheit, wer hat mir das angetan und meinen Tod billigend in Kauf genommen? Das gilt es herauszufinden, sagen sie vorerst nichts den anderen, wir wollen uns so lange in Schweigen hüllen, bis der Attentäter erneut zuschlägt. Aber wir müssen doch die anderen warnen, forderte sie ihn energisch auf. Prinzipiell bin ich derselben Meinung, doch wie ich die Schiedsrichter einschätze, werden diese handfeste Beweise verlangen, wer denn der Übeltäter sei. Von einem Ventil und einem Stahlvogel, der Dawson auf dem Gewissen hat, kann man noch nicht auf eine konkrete Person schließen. Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen, Miss Leftletter? Nein, eigentlich nicht, nur der eine Trainer, Mr. Railway, hat noch vor Beginn des Wettbewerbs versucht, mich davon abzuhalten, denn er glaubte, ich würde es aufgrund meiner physischen Erscheinung nicht schaffen, bis zum bitteren Ende durchzuhalten. Aha, da haben wir schon ein wichtiges Indiz, ich werde mit diesem Mr. Railway vorknöpfen. Der nächste Bewerb stand nach einer kurzen Pause zum Verschnaufen der Kandidaten auf dem Programm. Das Erklimmen eines der Lehmziegeltürme, von dem ein schmales Brett zu einem direkt gegenüberliegenden Turm führte. Ashcroft erläuterte die Aufgabe. Alle herhören, jeder von euch muss nun nacheinander den Turm hinaufklettern und von dort aus auf dem Steg direkt die kurze Strecke von 60 Metern zum anderen Turm hinüberlaufen und zwar so schnell wie möglich, da vom ersten Sprung auf dem Turm hinauf an die Zeit genommen wird. Alles verstanden? Es erfolgte kein Widerspruch und keine Nachfrage seitens der Teilnehmer, doch Sherlock Holmes meldete Bedenken an. Verzeihen Sie nie Nachfrage, aber wurde dieser Steg auch auf seine Festigkeit und Stabilität untersucht? Bekommen Sie auf die absurde Idee, dass mit dem Steg was nicht stimmen könnte? Hackte Look Rumor nach. Die Tatsache, dass bereits Nummer drei und Nummer vier ausgefallen sind, brachte mich darauf. Es sieht mir fast danach aus, als würde nun das Gesetz der Seere in Kraft treten und daher alles wurde überprüft und für der Norm entsprechend intakt befunden, unterbrach in Ashcroft. Los, Nummer eins antreten! Die Nummer eins musste nun mittels kurzem Anlauf in voller Montur vom Boden abspringen und mit den Stiefeln auf einzelnen leicht rausgezogenen Lehmziegeln landen, sich mit den Händen hochziehen und bis zum oberen Rand des Turmes auf den Steg treten und darüber balancieren, um nach 60 Metern zum Ziel zu gelangen, was er auch in nur wenigen Minuten schaffte. Dann trat Nummer zwei an, sprang vom Boden ab, wollte sich hinaufhiefen, doch rutschte ab. Nach einem erneuerlichen Anlauf wollte er erneut vom Boden abspringen, doch stattdessen brach er im Boden ein. Ein Riesenloch tat sich auf und verschluckte ihn. Einer der Trainer schrie wie er Helmfunk laut seinen Namen aus. Hugo! Sofort trat der Rettungsroboter den berechneten Sturz in die Tiefe an, um den Kandidaten zu suchen und bergen zu können. Dr. Watson wartete schon am Rande des Lochs, in der Hoffnung darauf, dem abgestürzten Hugo erste Hilfe leisten zu können. Es ist wohl sonnenklar, dass dieses Erdloch nicht aufgrund einer Launen der Natur sein Opfer gefordert hat, beanstandete Holmes. Hier ist eindeutig ein böser Wille zu erkennen, wie man ihn gemeinhin nur einem Menschen zutrauen kann. Ashcroft starrte ratlos in die Tiefe, während Look Romer bedauernd seinen behelbten Kopf schüttelte. Wie sich herausstellte, war der Trainer von Hugo jener Mr. Railway, welcher Louis Leftletter von der Teilnahme am ersten Bewerb abhalten wollte. Mr. Railway, richtete Holmes das Wort an ihn, trainieren Sie Ihren Schützling schon lange? Seit einem halben Jahr, warum? Und haben Sie für ihn eine Versicherung abgeschlossen? Hey, Moment mal, Moment einmal, regte sich Railway auf, auf, sodass sogar sein Visier leicht vibrierte. Wollen Sie mir vielleicht unterstellen, ich hätte das verdammte Loch vorher gegraben, damit ausgerechnet mein Kandidat reinplumpst? Mir fiel nur auf, dass nun Nummer zwei, Nummer drei und Nummer vier nacheinander auf ziemlich unfaire Weise aus dem Bewerb gedrängt wurden, Nummer vier sogar für immer und, wenn ich mir die Tiefe des Lochs betrachte, dann scheint es mir auch so, dass Nummer zwei ebenfalls nicht lebend geborgen werden kann. Das ist ja alles sehr bedauernswert, stimmte dem Ashcroft zu, dennoch ist es aus der Sicht der Veranstalter vorerst nur ein Sportunfall. Wir werden den trauernden Angehörigen einen Kalender zusenden, versprach Melvin Wyler mit belegter Stimme. Ich muss schon sehr bitten, mischte sich Dr. Watson ein. Diese Unfälle, an denen zum Teil sogar ein mit böser Absicht ausgesandter Stahlvogel beteiligt war, haben mit Sport auch nicht das Geringste zu schaffen. Was für ein Stahlvogel, stellte sich Lookroomer dumm. Ich habe einen großen gefiederten Vogel gesehen und und der hatte Stahlkrallen, setzte Dr. Watson seinen Satz fort und präsentierte ihm eine Stahlkralle, die er von seiner vorderen Anzugtasche auspackte. Meine Fernsehgesellschaft stellt keine Stahlvögel her, behauptete Lookroomer. Woher dieser gefiederte Kerl auch herkam, sicher nicht aus meiner Werkstatt. Wir sollten gleich zum nächsten Wettbewerb übergehen, regte Wiler an. Darin geht es um künstliche Tiere, allerdings keine Vögel. Wie? Sherlock Holmes glaubte sich verhört zu haben. Sie wollen die Spiele fortsetzen? Wir sind vertraglich an eine Fortführung gebunden, klärte ihn Ashcroft auf. Es steht allerdings jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin frei, sich aus dem Bewerb zurückzuziehen. Also, was ist mit euch? Wiler sah von einem Kandidaten fragend zum anderen, doch alle schienen einverstanden zu sein, weiter ihre Kräfte messen zu wollen. Sehr gut, freute sich Lookroomer. Dann laufen wir jetzt ganz entspannt zur Arena der Dinosaurier. Unglaublich, zischte Dr. Watson seinem Freund zu. Diese Lust auf Gefahr und der Drang, hier zu gewinnen, lässt alle die Vorsicht und Angst um das eigene Leben vergessen. So sind die Menschen nun einmal, mein Lieber, immer auf der Suche nach den eigenen Grenzen, auch wenn das bedeutet, dem Tod die Hand entgegen zu strecken. Holmes schloss sich als letzter dem Tross an, der zu einem abgesteckten Areal hinwanderte. Dort standen schon je zwei Exemplare eines Tyrannosaurus Rex, eines Stegosaurus, eines Spinosaurus und eines Driceratops bereit. Das Areal umspannte eine Fläche von der Größe eines Fußballplatzes und erwies sich als äußerst uneben und steinig. Herr Hörn, verschaffte sich Ashcroft die nötige Aufmerksamkeit. Es geht darum, sich zwischen den künstlichen Tierchen hindurch zu schlängeln, um sie von den Nestern abzulenken. In diese Nester haben wir Eier gelegt, solche Eier, die der Osterhase für gewöhnlich braven Kindern bringt. Unglaublich, flüsterte Dr. Watson seinem Freund zu. Der macht jetzt auch noch dumme Witze, dieser unsensible Mann. Nach all dem, was vorhin passiert ist, da wäre doch ein gerüttelt Maß an Pietät angebracht. Sie verlangen von einem Schiedsrichter einer sportlichen Veranstaltung, die zum Gaudium eines Milliarden Publikums abgehalten wird, etwas viel, tadelte in Holmes. Sie sollten doch schon lange bemerkt haben, dass den heutigen Menschen diese feine englische Art völlig unbekannt ist. Da schon doch ein Minimum an menschlichem Miteinander an Umgangsformen und Etikette sollte doch auch unter solchen Umständen noch möglich sein. Inzwischen pallierte Alvin Ashcroft ungerührt weiter. Ja, die posierlichen Tierchen haben doch wirklich und wahrhaftig goldene Eier gelegt. Der Traum jedes Tierfreundes, was, das Huhn oder der Dinosaurier, von dem das Huhn auch abstammt, legen goldene Eier. Alle lieben Dinos haben sich diverse Nestlein gebaut und darin die goldenen Eier reingelegt, die ihr nun zu finden hoffen sollt. Hehehehe, lachte Lookroomer laut, der ist gut. Dann präzisierte Wyler. Sobald ihr ein oder auch mehrere Eier aufgeklaubt habt, könnt ihr damit so schnell wie möglich aus der Arena flüchten, wobei euch die Tiere allerdings ebenfalls behindern werden. Aber diese Tiere können die Kandidaten nicht etwa fressen? erkundigte sich Dr. Watson. Daraufhin erntete er einen genervten Blick durch das schiedsrichterliche Visier von Lookroomer. Nein, denn die Tiere sind ja aus Blech, Drähten und Plastik zusammengebaut worden, daher verschmähen sie alle Menschenfleisch. Und Weiler führte Nähe aus, diese tierischen Roboter benötigen nur elektrische Energie für ihre Batterien und einige Tropfen Öl für die Gelenke, da diese sonst ein wenig quietschen. Gewinner ist derjenige oder auch diejenige, welche die meisten Eier in kürzester Zeit gesammelt hat, erklärte Ashcroft. Augenblick mischte sich der Doktor in großer Besorgnis wieder ein. Diese Roboter können auch nicht etwa elektrische Schläge austeilen, die den Kandidaten irgendeinen Schaden zufügen, oder? Nein, raunte Lookroomer und ballte seine behandschuten Hände zu Fäusten. Können sie nicht, die können nur ein wenig schubsen, das ist aber auch schon alles. Was wollen Sie eigentlich, Dr. Watkins? Watson ist mein Name, korrigierte ihn der Doktor erbost. Wie auch immer, was wollen Sie eigentlich, Dr. Watson, dass wir den ganzen Wettbewerb, in dem es um alles oder nichts geht, mit riesigen Wattestäbchen austragen? Kann ich jetzt weiter erklären? Ashcrofts Stimme war ebenfalls schon ein leicht genervter Unterton zu entnehmen. Dr. Watson nickte ihm zu, zuckte allerdings in Richtung Holmes mit den Schultern, als wolle er damit sagen, ich habe ein Möglichstes versucht, um die Leute hier zur Vernunft zu bringen. Es handelt sich also um ein Geschicklichkeitsgame in Kombination mit einer strategischen Aufgabe. Alles verstanden? vergewisserte sich Ashcroft. Wartend blickte er in die Runde, alle restlichen 14 Kandidaten nickten nur etwas verhalten. Einigen konnte man durch die Visiere hindurch ansehen, dass sie lieber aufgegeben hätten. Doch im Angesicht der Trainer, die mitfiebernd in geziemendem Abstand bereit standen, wagten sie es nicht. Los geht's! gab Weiler das Startkommando. Alle 14 Teilnehmer stürmten gleichzeitig auf die Nester der täuschend echt aussehenden Urzeittiere los, die geräuschvoll Grundsend im Weg standen und von den schon leicht ermüdeten Kandidaten umgangen bzw. umlaufen werden mussten. Diese urtümlichen Riesen wirkten wie direkt aus der Kreidezeit in das 22. Jahrhundert transferiert, ein gewaltiger naturgeschichtlicher Anachronismus. Aber augenscheinlich auch ein großer Spaß, denn es sah ziemlich chaotisch aus, als die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen den Dinosauriern hin und her zu den dafür angelegten Nestern rannten, sich bückten, die Eier aufhoben, einsteckten, sich schnell vor einem Angriff eines der Dinos retten mussten und dann, wie sie dachten, schon genug Eier gesammelt zu haben, schnell wieder aus der Arena stürmten. Manchmal Dinosauriern, deren Trainer sie lautstark anfeuerte. Dolores, weiter, du schaffst es! So angestachelt wagte sie es gar nicht, mit dem Sammeln von goldenen Eiern aufzuhören. Ihre schon ausgebeulten Anzugtaschen des Raumanzuges waren bereits prallvoll und eins der Eier entglitt ihr daraus, worauf sie es hastig wieder aufhob, tangiert vom Tyrannosaurus Rex und bedroht vom Stegosaurus und ein weiteres Goldei aus einem der Nester holen wollte, als sie frontal von einem der Saurier, es handelte sich um den Triceratops, demjenigen, welcher gleich drei Hörner auf dem Kopf hatte umgerannt und regelrecht aufgespießt wurde. Ihre Schmerzensschreie veräppten in einem einzigen Todesschrei. Dann herrschte Totenstille. Alle standen wie vom Schlag getroffen da, auch die künstlichen Tiere, und starrten ungläubig auf die vor ihnen liegende Leiche der Kandidatin mit der Nummer Zwölf. Dann stürmte sofort wieder Dr. Watson zu ihr, doch konnte ihr leider nicht mehr helfen. Mausetot! Seid ihr jetzt zufrieden? herrschte er die Umstehenden an. Der Trainer von Dolores jammerte und ich habe einen vollen Monat lang mit ihr trainiert. Welches Drama, stimmte Melvin Weiler mit ein. Das ist bisher noch nie passiert. Dem Dinosaurier müssen alle Sicherungen durchgebrannt sein. Oder ein boshafter Mensch hatte wieder einmal seine Finger im Spiel. Er kannte Holmes und beobachtete die Reaktionen der Anwesenden. Keiner verriet sich mit einer Geste, einer Aussage oder einer Miene hinter dem Visier. Es ist wohl glasklar, sprach Holmes weiter, dass dieser tödliche Zwischenfall hinterhältig und vorsätzlich herbeigeführt wurde. Von wem? wollte Dolores Paulsons Trainer sofort wissen. Den verklage ich in Grund und Boden. Das werde ich herausfinden. So war ich Sherlock Holmes heiße. Lasst uns einmal den Triceratops auseinander nehmen, schlug Tornut vor und ging schon auf den dreihöhnigen Dinosaurier zu, welcher schuldbewusst wie ein echtes Tier vor ihm zurück wich. Steh! Das Tier blieb auf sein Kommando hin tatsächlich stehen. Ist das nicht sehr merkwürdig? erkundigte sich Holmes bei Schiedsrichter Wyler. Kaum Einige der Roboter reagieren nun einmal auf Kommandos, allerdings auf keine, die für den Menschen tödlich wären. Aber werter Mr. Wyler, wie soll ein einfacher Roboter denn wissen, ob er mit seinen drei Hörnern bei einem ordentlichen Schubs jemanden töten kann? hakte Dr. Watson nach. Hm, gute Frage, musste Wyler zugeben. Also ich werde beim Galaktischen Sportverband diesbezüglich eine Anfrage stellen. Soviel ich verstanden habe, sind Sie doch der Vorstandsvorsitzende, erinnerte sich der Doktor. Das ist nicht ganz korrekt, gab dieser etwas verschämt zu. Ich sagte, ich arbeite im Vorstandsvorsitz, das ist etwas ganz anderes. Heißt das, dass Sie Hühle draufstellt, damit er den Konferenzsaal ausfegen kann? forschte Holmes mit einem Hauch von Sarkasmus. Nein, natürlich nicht, ich arbeite als Sekretär für den Vorstandsvorsitzenden und bestimmt nicht als ein Hausmeister. Für derart niedrige Tätigkeiten haben wir doch Roboter, giftete Wyler. Dr. Watson wandte sich an Ashcroft. Ich lege hiermit eine ärztliche Beschwerde ein. Die Ausfallsquote dieser Survival Games ist viel zu hoch und beruht noch dazu auf mysteriösen und vor allem noch ungeklärten Umständen. Ich schließe mich dieser Meinung an, bekräftigte Holmes. Soll ich den Roboter jetzt auseinander nehmen oder nicht? Wollte Tornut wissen. Das wird für unsere Zuseher zu langweilig, meldete Fred Look Romer Bedenken an. Ja, außerdem wissen wir doch nicht, welche Tücken diesem Roboter noch einprogrammiert worden sind, gab Holmes zu bedenken. Womöglich greift er wieder an, sobald sie ihm mit einem Schraubenzieher auf die Plastikhaut rücken. Also, wie lautet Ihr werter Schiedsrichterspruch, Mr. Ashcroft? Der Doktor neigte sich ihm ganz nahe an sein Visier zu. In diesem Fall scheint es mir am besten, wenn wir die Bewerbe vorerst aussetzen, schlug Ashcroft kleinlaut vor. Aber das Survival Game muss zeitgerecht weitergehen, beschwerte sich Look Romer. Ein technischer Fehler kann nicht zum Abbruch einer Veranstaltung führen, die so sorgfältig geplant worden ist. Sie wagen es von Sorgfalt zu sprechen? exaltierte sich der Doktor. Sie haben scheinbar die nötige Sorgfalt im Umgang mit diesen Blech Monstern eindeutig unterlassen. Na 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 wickelte Look Romer mit einer zusätzlichen Geste ab. Die Technik hat nun mal ihre Tücken. Jeder von uns, der in ein Raumschiff steigt, kann nicht sicher sein, dass es nicht in den Gravitationzug eines riesigen Planeten gerät und auf dessen Oberfläche abstürzt. Ja, sogar jeder, der aus seinem Bett steigt, kann nicht hinzufallen, dass er sich das Genick bricht. Und das ist jetzt aber ein sehr weit hergeholter Vergleich, monierte Holmes. Ich bin dennoch dafür, den ganzen Bewerb zumindest für heute abzubrechen. Immerhin dämmert es schon, was ein Weitermachen zusätzlich erschweren würde. Alle herhören, forderte Ashcroft Aufmerksamkeit. Für heute sind die Kandidaten von der weiteren Teilnahme befreit. Und Weiler fügte hinzu, wir bedauern aufrichtig das viel zu frühe Ausscheiden von Nummer 12, der reizenden Dolores Paulson, die gleichzeitig auch viel zu früh aus dem Leben schied. Aber auch das Leben scheint nicht viel mehr als ein Spiel zu sein. Die trauernden Angehörigen bekommen natürlich auch einen Kalender zugeschickt. Von diesen Kalendern müssen sicherlich noch viel mehr abgeschickt werden, äußerte sich Dr. Watson kritisch. Zum Teil enttäuscht, zogen sich alle in das unterirdische Mannschaftsquartier zurück. Tornot nahm seinen Helm ab und raunte Rolker etwas zu, das Holmes nicht mehr verstehen konnte. Zusammen mit Dr. Dr. Watson wandelte er durch das unterirdische Quartier, welches sich mit allem technischen Komfort ausgestattet zeigte. Drei Tote an einem Tag, das nenne ich eine Tragödie, sagte Railway, der sich an einem Essensautomaten ein Sandwich herauszog. Ich nenne es schlichtweg Mord, erklärte ihm Holmes. Mich wundert, dass sie angesichts des Verlustes ihres Schützlings nicht auch noch den Appetit verloren haben, Mr. Railway. Eine Maschine braucht Energie, ein Tier braucht Futter und ein Mensch braucht Nahrungsmittel zum Überleben. So einfach ist das. Und nein, um auf ihre inquisitorische Frage zu antworten, ich Richtern. Gut für die Quote, was, Luc Romer? fragte Wyler wie nebensächlich. Ja, ja, das Volk will wie zu Cäsars Zeiten immer noch Brot und Spiele, aber es tut mir natürlich in der Seele weh, wenn ich all die Toten sehe. Oh, das reimt sich sogar, grinste Luc Romer. Damit hatte er schon den Hauptverdacht auf sich gezogen, denn Holmes wusste schon über die Streaming-Quoten Bescheid. Schon vor Antritt Tornuts und Rolkas hatte er erfahren, dass die Survival-Games live übertragen werden sollten und den Veranstaltern eine Menge an Geld durch Werbeverträge bringen würden. Verschwörerisch flüsterte er Dr. Watson zu. Was, wenn dieser Luc Romer neben seinem Job als Schiedsrichter mir seiner Hauptberufung als Chef der Fernsehgesellschaft Overview gerecht werden wollte? Hätte er da nicht die Möglichkeit gehabt, all die kuriosen Unfälle vorzubereiten? Oh ja, ganz sicher sogar, flüsterte Watson zurück. Aber wie können wir ihm das beweisen? Am besten wir erfragen, welcher Bewerber als nächstes ansteht und überprüfen dann den betreffenden Parcours. Gesagt, getan. Beide erkundigten sich bei Melvin Wyler, was morgen als erster Bewerb anstand und erfuhren, dass es sich um eine Fallschirm Challenge handeln sollte. Sofort kontrollierten sie nun gemeinsam mit Tornut und Rolker die für die Kandidaten in einem Abstellraum bereitgestellten Fallschirme. Aha, rief Holmes erfreut aus. Ich hatte völlig recht mit meinem Verdacht. Was, sie wissen schon, dass sie recht hatten, ohne noch die Fallschirme überprüft zu haben? wunderte sich Tornut. Ja, denn ich kann zählen. Zählen sie doch einmal die Fallschirme, forderte ihn Holmes auf. Rolker preschte mit der Antwort vor. Es sind nur 13 Fallschirme. Sehr richtig, lobte sie Holmes. 13 Fallschirme für 17 Teilnehmer. Woher wusste jemand also, dass er vier Fallschirme weniger vorbereiten muss? Und wer war für die Vorbereitung zuständig? Das wird sich leicht herausfinden lassen, konterte Dr. Watson. Die Schiedsrichter dürften es noch am ehesten wissen. Sofort machte sich der Vierertrupp auf in die Schiedsrichterloge und fand alle drei beim reichlichen Abendmahl versammelt vor. Was gibt's? fragte Elvin Eschkraft arglos. Wir wollten nur von Ihnen wissen, wer für all die Vorbereitungen zuständig war, Mr. Ashcroft. Sherlock Holmes stemmte die Hände in die Hüften und sah von einem zum anderen. Ashcroft und Wyler sahen beide zur Lookroomer, der sich gerade einen Löffel voll Kaviar in den Mund schob und dann mampfte. Ja, ich, das heißt, meine Angestellten, wieso fragen Sie mich das? Sie sollten den Mund nicht zu voll nehmen, mein Bester, riet ihm Dr. Watson, sonst ersticken Sie noch. Wir wunderten uns über die Tatsache, dass für ursprünglich siebzehn Teilnehmer nur noch dreizehn Fallschirme bereitstehen, klärte Holmes auf. Lookroomer schluckte schwer. Ja, das ist doch völlig klar. Es ist immer mit einem oder mehreren Ausfällen zu rechnen. Der eine gibt auf, der andere zieht sich zurück. So habe ich eben nur dreizehn Fallschirme herrichten lassen. Sind Sie etwa abergläubisch? Lachen Sie nicht so dämlich, rügt in Ashford. Wenn rauskommt, dass Sie irgendetwas mit diesen Sportunfällen zu tun haben, Lookroomer, dann sind Sie reif für den Teilchenbeschleuniger. Empört sprang er vom Tisch auf. Unerhört! Das hängen Sie mir niemals an! Dann lassen Sie uns einfach die Fallschirme überprüfen. Sollten alle in Ordnung sein und keiner davon nur ein simpler Rucksack, dann sind Sie ja von dem Verdacht befreit, erläuterte in Holmes. Ein Rucksack sowas blödes, ärgerte sich das würde doch auffallen, die Fallschirme sind alle tadellos, von mir aus ziehen Sie doch einen nach dem anderen aus den Hüllen und werden es erkennen. Wahrscheinlich wird morgen wieder Ihr Stahlvogel in Entscheinung treten, was? hönte Dr. Watson. Ich habe keinen Vogel, kreischte Lookroomer, wobei einige Kaviarkörnchen noch in seinen Vorderzähnen zum Vorschein kamen. Schon gar keinen aus Stahl. Man begab sich also gemeinsam wieder zu dem Abstellraum mit den Fallschirmen und überprüfte einen nach dem anderen, wobei man zu dem Ergebnis kam, dass tatsächlich alle in Ordnung waren. Ich habe es ja gleich gesagt, streit Lookroomer. Jetzt wäre aber eine Entschuldigung fällig. Die verschieben wir auf morgen, wenn keinem der Teilnehmer beim Absprung ein weiterer Sportunfall passiert, versprach Holmes. Der nächste Tag brach an und zeigte sich genauso Wolken verhangen wie zuvor. Dennoch hoch motiviert traten die restlichen 13 Teilnehmer zum nächsten Bewerb an, um in 4000 Metern Höhe aus der Flugscheibe zu springen. Die Flugscheibe erhob sich und schwebte geräuschlos in den gelben Himmel empor. Was könnte bei einem solchen Sprung alles schief gehen, wollte Holmes von Weiler wissen, welcher wartend nach oben stierte. Puh, was weiß ich. Einmal geschah es, dass sich zwei Fallschirme miteinander verhedderten, was naturgemäß zum Absturz beider Fallschirmspringer führte. Aber wir haben Anweisungen gegeben, jeden Teilnehmer in dem zur Sicherheit entsprechendem Intervall springen zu lassen. Wichtig ist nur, dass alle auf ihren Zielpunkten landen. Welche Zielpunkte? forschte Holmes mit aufsteigendem Unbehagen. Na, dort vorne sind runde Kreise mit Nummern darauf. Jeder Teilnehmer muss in dem Kreis mit seiner Nummer landen. Um Gottes Willen, entkam es Dr. Watson, der neben Holmes stand. Der Attentäter könnte doch in den Zielpunkten eine Granate versteckt haben, die bei Berührung hochgeht. Sofort rannten Holmes, Weiler und der Doktor zu den betreffenden Zielpunkten. Es sind zu viele, wir können nicht alle gleichzeitig kontrollieren, auch wenn wir zu dritt sind, erkannte Weiler. Das ist doch ganz einfach, wusste sich Holmes zu helfen und nahm schon einen in der Landschaft herumliegenden Stein zur Hand. Jeder nimmt sich einige Steine, die wir auf die Zielpunkte werfen. Grandios, lobte ihn Weiler und glaubte ebenfalls einen Stein auf. Sie begannen nun und gleichzeitig die Zielkreise mit den Nummern in ihren Steinen zu bewerfen und auf einmal machte es Kavum. Staub spritzte hoch wie eine Wasserfontäne, legte sich jedoch rasch wieder, zum Teil auch auf die Visiere der drei Männer, die sie sofort wieder mit ihren behandschuhten Händen blank wischten. Das war's, die Nummer fünf wäre der nächste Todeskandidat gewesen, erkannte Dr. Watson, dessen Stein den Auslöser in dem Zielkreis getroffen hatte. Von oben schwebten die Fallschirmspringer und Springerinnen herab und konnten alle in ihren Kreisen landen. Und zwar unverletzt. Die Kameradrohnen nahmen alles auf und flogen dann wieder ab. Wären diese Drohnen Menschen von der Overview-Gesellschaft gewesen, hätten sie so etwas wie Enttäuschung gezeigt, resümierte Holmes. Look Rumor wurde von Ashcroft und Weiler in die Zange genommen. Nach kurzer Rücksprache mit mir selbst kam ich zum Schluss, dass es für mich besser wäre, nichts ohne meinen Anwalt zu sagen, gab er launig bekannt. Doch weder Weiler noch Look Rumor gaben auf und machten ihm weitere Vorwürfe und schworen, eine Aufklärung noch vor Sonnenuntergang herbeizuführen. Schließlich brach Look Rumor unter dem Druck zusammen und gestand, ja, ich hatte diese Idee, damit der ganze Sport spannender wird. Alles, was wir tun müssen, ist, es im Nachhinein zu genehmigen lassen. Sind Sie ganz von Gott verlassen? fragte Dr. Watson meritorisch. Mit dem Leben von Menschen spielt man nicht. Aber die Teilnehmer haben selbst damit gespielt, rechtfertigte sich Look Rumor frech. Jeder Mann und jede Frau, die bei so einem Survival-Game teilnehmen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass es ein Spiel auf Leben und Tod ist. Falsch! schrie ihn Weiler an. Wir wurden von der Galaktischen Union eigens angewiesen, alles für die Sicherheit der Kandidaten zu unternehmen. So? Dann muss ich was falsch verstanden haben. Außerdem habe ich zuletzt immer solche Tricks. Kukuridudelidu! Auf einmal sprang Look Rumor planlos auf einem Bein herum, wälzte sich im Staub, stand wieder auf und deutete mit seinen armen Hühnerflügel an und tanzte den Chicken Walzer. Mein Anwalt boxt mich schon raus. Kukuridudelidu! Jetzt spielt er den Verrückten, um als unzurechnungsfähig eingestuft zu werden, ärgerte sich Dr. Watson. Egal, ob er sich irre stellt oder es wirklich ist, beruhigte ihn Ashcroft, der entgeht seiner gerechten Strafe nicht. Die Spiele mussten weitergehen, the show must go on, wie es so schön hieß, und als Abschlussbewerb stand ein Tauchgang in einem künstlich angelegten See an. Man musste über Hürden und in gläserne Tunnel tauchen, sich einige am Boden platzierte Goldtublonen schnappen und damit so schnell wie möglich am anderen Ufer ankommen. Und es stand alsbald der Siegerfest. Nicht nur dieses Bewerbes, sondern der gesamten Survival Games. Der Gewinner ist die Nummer 8, Mompey, verlautbarte Melvin Weiler und klopfte dem tropfnassen Teilnehmer juvial auf die Schulter. Na, besser als unsere Kampf-Amazone Rolka, flüsterte Tornut, der sich den Helm vom Haupt riss, als er neben Holmes und Watson ankam. Ein echter Gentleman hätte einer Lady den Vortritt gelassen, befand Dr. Watson. Ja, aber nicht bei einem sportlichen Wettbewerb, sagte Holmes, der wieder einmal das letzte Wort hatte. DIN 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 Untertitelung des ZDF, 2020